Hallo, da sind wir wieder mit Minecraft, verschollen in den Tiefen, umgeben von Lava und Monstern, die darin abfackeln. Jo. Jo, hi, ich bin auch wieder mit dabei. Und der na, wie sonst. Selbstverständlich. Uiuiuiui. Ich gehe auf jeden Fall wieder hoch. Warum? Hier war 6 oder was? Hier war 6, wo du gerade bist. Nein, mach das nicht. Okay. Weil der hier ist dann, oh, das ist ein 6er. Ja, hier ist 6, ja. Ich will hier mal ein bisschen. Achso, warte mal, warte mal. Warte mal, kannst du mir mal bitte sagen, in welche Richtung das Ende der Welt ist, wenn du hier unten bist? Das nächste Ende der Welt. In die geht's? Nee. Nee, in die Richtung geht's bis zum Arsch der Welt. Wo ist das kürzeste? Wir kürzeste Weg zum Ende, zu irgendeiner Seite. Da, wo die Lava ist. Da, wo die Lava ist. Also hier weiter runter und in die Richtung da geht's weit. Weit, weit, weit. Kannst bauen. Abbauen. Ja, gut. Alles klar, dann mach ich mir erst mal hier so im Gang. Weil wegen der Milch. Genau. Aber es ist ein Schmalz. Gänge rein. Schmalz, Logge. Hältst du aufs Frisch, oder was? Zack. Und weg mit dir. Äh, da. Oh, oh. Lava. Ey, der Wichser. Warte mal, jetzt hat er natürlich wieder gefehlt. Hier ist zu viel Lava, zu viel Lava. Boing, 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 boing. Mach mal wieder die Fehler am Start. Haha. Ich glaub, die Lava hab ich hinter mir. Beziehungsweise über mir. Gold, das lass ich erst mal hier. Oh ne, ich nimm's mit. Bitte keine Lava dahinter. Oh, das war ne Steinspitzsacke. Ey, diese Steinspitzsacke sieht genauso aus wie ne Eisenspitzsacke. Ah ne, ich wollte hier was anderes vor noch. Ah, ha, ha, ha. So, auch noch natürlich. Boing, zack. Boing. Äh, wo ist meine Schaufel? So machen. Boah, das ist schon wieder in der Spall. Okay, lassen. Weil's nochmal Lava kommt. Fitschen kann. Bei deiner Seite. Wo sind die Diamanten? In meiner Hand. Wollen wir uns hier erstmal Obsidian auch gleich fit machen? Oh, 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 oh. So, weg mit dem Zeug hier. Das Inventar müsste 100 mal größer sein hier. Oh, da merke ich hier gar nicht mehr durchsteigen. Okay, wie viele Pflastersteine habe ich, ne ich brauche noch mehr, erstmal wieder zurück. Quatsch hier, weil den habe ich ja von hier aus gesehen, das heißt hier kann nichts sein. Den sehe ich ja von hier aus, so geht es hier weiter. So, das ist mein System hier, wenn ich Diamanten suche, beziehungsweise jetzt gerade Pflastersteine sammeln will. Ich buddle dann immer in der Region, weil wenn du Pflastersteine brauchst, was man eigentlich aber nicht so oft braucht, kann man den dann gleich hier farm und nebenbei dann gleich Diamanten. Oh, das ist jetzt immer noch so viel Glück. Ja, Mantech. So. Oh, ein Meerlicht. Oh, Eis. Bitte keine Lava, okay danke. Oh, es gibt noch eine. Oh. Oh, Redstone. Wie die Kackstelte hier wieder mit deinem Challenger. Hä? Ach so. Ach so, ja jetzt, jetzt frag ich dann der Typ draußen, also dein Nachbar da irgendwie oder so. Der Franz. Franz Yusuf. Herde, Herde und Pflastersteine. Ja, Zeug. Lava, Lava. Hä, hä, warte. Oh, Lava. Lava, Lava. Mein Lava-Alarm. Okay, Lava ist weg, aber es tropft. Direkt über mir. Oh. Hello. Okay. Okay. Dann geht's. Geh weiter. Hab es Lava ist. Lava. Okay. Ist dir sicher? Jetzt der See drunter. Rüber. Ich glaub auch. Lava. Hehehe. 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 Ich glaub auch. Ich brauch hier mal Licht. Da hin. Hehehe. Hehehe. Scheiße. Oh, das ist aber echt Pech. normalerweise findet man hier... ...recht. Auی! Ruhe! Anson! Oh! Hehehe! 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 Hehehe. Ich wein' du. Oh, fies. Hehehe! Wir müssen Diamanten finden und ganz viele fleste Steine sammeln. Aber du bist jetzt nicht gestorben, ne gestorben bist du nicht. Nee. Habe ich jetzt den Tunnel davor weit genug gegangen, dass ich jetzt wieder... Das war jetzt das unendliche Buddel. Achso, endlich geht er hier dran, hier war. Oh Mann. Was ist los mit dir? Oh. Oh. Ja genau. Meine Spitzhacke ist down. Aber egal, jetzt haben wir erstmal genug Pflastersteine, glaube ich. Holz. Oh da. Schöne Werkbankbauerung. Eigentlich muss man ja immer eine nehmen, aber das war jetzt hier alles ein bisschen spontan. Ich wollte ja eigentlich nur Pflastersteine haben. Wurde jetzt so lange, bis die Backe kaputt ist. Dann habe ich auf jeden Fall genug Pflastersteine für das Haus. Die ganze Zeit habe ich auch darauf geachtet, weißt du, dass kein Creeper kommen und auf einmal... Tchuuu. Sehe ich nur seine schäbigen Fußnägel da. Die grünen hässlichen stinkenden Fußnägel. Oh, die Kohle lasse ich mal liegen. Ausharte. Da kommt nochmals ein Diamant. Aber auch wenn, kann ich ihn nicht abbauen. Das ist natürlich dann traurig. Hmm. Ich glaub diese Folge ist auch was ich immer mit dem Gämmen Aber auf jeden Fall mit dem Plasterstein Fliegen aber immer in die Gegensätze Richtung Oh jetzt muss ich Kohle abbrauchen Kohle 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 Komm zu Miiiir Was schwer für Geräusche Wir hören gerade entspannende Musik Ich hab die Trillermusik von Minecraft Standard Sound Es kann doch nicht sein, dass ich so weit gegraben hab Oh du bist so Oh mein Gott wie lang der Gang ist Ulu Lindenberg hier oder heute Abend meine Damen und Herren Der Onkel Oh du machst das richtig gut Oh jeeeey Oh jeeeey Iiii hier Mit der falschen Spitzerke Oh yeah! Jetzt mach ich mein Osma Stray! Wie geht das letztens nochmal? Wie hab ich das gemacht? Wie hab ich das gemacht? Im Livestream? Gar nicht im... In der Wendler! Na doch doch, da hast du Wendler Sound gemacht. Aber wie? Weiß ich nicht mehr, ey. Wie ich mich da angeschafft. Wendler! Ich bin der Wendler! Ja, ich glaub das kann sein. Ein Mew, ein Mew! 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 Oh Mann! Okay, ich hab eigentlich gezackt mehr. Oh yeah! Oh yeah! Steine! Ich muss... mein Kacken! Nooo! Da kommt ne ganze Prinzenrolle raus! Da kommt ne ganze Prinzenrolle raus! Da wird... Da wird... Da wird... Oh! Ich hör spinnen! Ich auch! Wo bist du? Aber du bist oben, oder? Nö! Ich hüpfe, hüpfe, hüpfe! Ich hab auf jeden Fall genug Pflastersteine. Aber keine Diamanten! So, so, so! Ab geht's wieder nach oben! Grrrrrrrr! Hüpfe, hüpfe, hüpfe! So! Ach! Mensch! Schon wieder ein! Was soll denn das? Cash ist dunkel! Mann! Hey! Kein Creeper, kein Creeper, bitte kein Creeper! Danke! Hallöchen, na? Du hast nichts geklaut! Du bist verdächtig, Freundchen! Du bist ein Traitor! Ah! 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 Kammelfleisch! Oh! Melonsaum! Warum ist da jetzt auf einmal so viel Krempel drin, ne? In unserer Weizenkiste! Und du hast wieder alles reingeschmissen! Du hast viel Schrott gearbeitet! Nee! Kann wieder sortieren, ne? Eeeh! Hast du den ganzen Sand aus dem Sandkasten mitgebracht nach Hause, ne? Ah! Freundchen! Hast du den ganzen Sand aus dem Sandkasten mit nach Hause gebracht, Freundchen! Ne! Der Sahara-Sand war da! Der Sahara-Sat-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sand kam rüber! Sahara-Sand! Sahara-Sat-Sar-Sand! Sahara-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar-Sar du dumme Spinne Du kannst mal meine Arschhahre rauchen, du Tampon-Lutscher Hier, der Fifi Sven, der hat so ein Lied, da hört sich das an, als wenn er Sarah zahnt ist Da singt der immer Sarah's Piep! wird ausgepiept der Rest Der meint, glaub ich, ne anderen, aber da hört sich voll an, irgendwie, als wenn er Sarah zahnt ist Das wär mies Hahaha So, zwei Spitzhacken nehmen wir uns mal mit Und, das war's erstmal Hallo Flipper, wieder da? Was hast du heute für spannende Geschichten erzählt? Wie viele Menschen hast du gehört? 28? Boah, du warst ja wieder fleißig Ich hab einen Haufen Plastersteine heute gesammelt, aber keine Diamanten gefunden Ich bin ein bisschen traurig Du willst mich aufmontern, Flipper? Cool, was wollen wir denn da machen? Oh, jetzt redest du nicht mehr mit mir Hahaha Oh nein, die Hyänen kommen Flipper, los Nie Zurück ins Wasser Versteck dich Die Rust Hyänen So, ich pack mal den Sand nach weg Wollen wir mal schlafen, aber ich warte jetzt hier schon die ganze Zeit Oder einfach rausrennen und weitermachen Erstmal hochkommen hier So, du bist noch Das ohne Höhlen-Playlist Ich werde getötet von den Zuschauern Aber gut, wir haben ja noch was abgebaut Wenn wir Höhlenforschung machen, natürlich wieder Höhle, Halle, Halle, Halle Verpiss dich, Schleiß, Gelände Oh, die Schnarchen kommen hier ja gar nicht mehr Ich sortier nochmal ein bisschen meinen Winter Höhle, Halle, 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 Halle Höhle Oh, Spinni, verschwinde Spinni Oh oh Töpigster kommt mir die unterher und vor mir ist Evil Chicken Oh oh, Halle, Halle rennt zurück Und ich hab kein Schwert mehr Oh oh, wir dürften sich in ihr Auge gucken Wir müssten es ignorieren Ah Was Stufen machen, die Worte machen Ah, ne Bombe, ne Bombe, wegschmeiß das Ei Ich konnte das Hunde rein Der ist zu uns gekommen Kronk, du Verräter Der hat's hierher geschickt früher Er hat's geahnt Joch, es Oh, Monster hinter mir Es sind Monster hinter mir Es sind Monster hinter mir Ich hab kein Schwert Oh Ich hab eins aber meins selber schon fast kaputt Ne, jetzt hab ich ein Schwert Machst du die Knochenholt hier noch reinpacken Und was ist denn? Guckst du, guckst du, guckst du, guckst du, guckst du Ne, oh, alles Egal Mach dich mal nützlich, du scheiß Belöderer MPC Hier Kisten hier Stark und schwarz, dunkel stark schwarz Ja, davon nehm ich auch ein Kareffchen Aber ich dunk mir noch ein paar Würstchen ein Los, trappt ab Verstanden, Freundchen? Also, zieh ab Und bewegt deinen Arsch Und mach uns unseren Kaffee Und vergesst die Würstchen Ach, bitte schon wieder hell Noch mal jetzt Weiterbauen Pause Wenn man so nen Tisch hat, ne So nen Zaubertisch Kann man den eigentlich abbauen nochmal Oder ist der dann wieder ein Einzelteil zerfällt Ich glaub, den kannst du dann wieder abbauen Ich hab's nur nie versucht Zumindest kann ich mich nicht mehr so dran hören Dafür müssen wir sowieso dann extra Raum machen Und ganz viele, ähm, ja Bücherregale Das heißt, wir hätten jetzt schon längst anfangen müssen Zuckerrohr Äh, anzubauen Oh mein Gott Aber das, das Problem löse ich gleich Was für ein Problem, ey? Probleme? Ich hab ja noch Kohle Ich renn weg von euch AAAAAAAH Leggy, leg, leg Guck mal wie er da hinten steht, ey Hä? Da ist ein Zombie weggespaunt Oder was? See you, Ryan Hey, hab ich da nicht grad Holz auf? Ah, ich brauch zwei Ey, wie der mich anstarrt Ist das einer von mir? Ja Ich hab den Creeper getäuscht Habt ihr das gesehen, Leute? Der hat mich voll angestarrt Und geht dann weiter Ach, da ist einer von mir in Rüstung Schlauer Mensch Schlauer Creeper, Freund Jetzt lernst du endlich mit ihm zu kommunizieren Bald bist du wirklich einer von ihnen Weil ich hier dicht bin Muss ich alleine hier bin Vom Onkel wegrennen Weil er mutiert ist So ein Creeper Äh, was brauch ich denn jetzt noch? Das auf jeden Fall nicht Fehlte erteilbar aus, ey Enderman Power Hast du auch Fackeln? Was? Fackel? Was? Ich hab... Oh scheiße, ich hab vergessen Aber wir haben noch vorne ne Box, ne? Jawoll, ey Ich hab ne Schippe, bräuch Yeah Give me Schaufel, ey Bämst Wasser brauche ich hier nicht Hier oben wird mir wohl kaum die Lava erschlagen Oh nein Creeper Lass mich in Ruhe Okay, danke Okay Ey er hört auf mich Miau, 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 miau Miau, 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 öl Ok Er Как amputに乗っちゃ reviewing Ey, sorry, war. Habe dein Hirn vergetten. Das auch schon wieder. Wir müssen auf jeden Fall Kohle holen und... Wir haben noch genug Kohle. Und wir müssen ein paar Öfen basteln. Ungefähr zwei, drei Stück noch. Damit es schneller geht und dann erstmal normale Steine braten. Normale Steine braten. Und dann Steinziegel draus machen. Aber bitte in pflanzen Öl. Oh, schön in pflanzen Öl. Mal aufteilen hier. Fuck. Fuck. Ähm. Ja, ich muss da davon opfern. Noch ein paar Öfen basteln. Bong, bong, bong. Bong. Klopp, klopp, klopp. Ey, da wo unser Haus ist, renn mal raus und rechts den Strang lang. Da findest du Zuckerrohr, baue davon mal die ersten, äh, also alles ab bis auf den untersten Block und platziere einfach am Wasser lang, ähm, nochmal ne neue Reihe. Und das so lange, bis der ganze Strand voll ist, dann bauen wir die nur noch ab und sammeln. Ja, dann mach ich das gleich. Egal. Schon wieder Inventar voll. So, jetzt putzelt erst mal alles. Oh, was machst du denn hier, Freundchen? Der Onkel kommt grad nach Hause und plötzlich drehe ich mich um und so ne hästige Fresse schaut mich auf. Was? Ich dachte, du bist grad nach Hause gekommen und dann kam so ein NPC da rein. Boah, was? Was war das denn für ein Hühnchen? Ich hau da einmal gegen und mein Schwer zerplatzt. Der bricht einfach nur. Fast. Das sind diese Hühnchen. Oh mein Gott. Das war echt krass. Ne, aber auf jeden Fall kam da halt ein NPC rein und ich, ja, du wärst jetzt gewesen, drehe mich um und plötzlich guckt mich halt wieder der Typ an mit seinem, ja, unglaublich schönen Gesicht und seinen wunderschönen Zähnen. Toll. Wo ist denn die Kiste? Äh, die Werkbank ist hier. Ähm. Mal Truhen machen. Das ist halt, wo wir hier bauen. Das muss der Creeper nicht wegsprengen. Regen! So, meine noch Stufen. Oh, gleich mal. Naja, der muss noch schnell... Wie eine Maschine. Hi. Boah, ne? Machst du mal? ich glaube, wenn die Öfen fertig sind, baue ich die ab und platz sieh die hier hinten. Woher nicht hin und her renn. Werzeit helfe ich dir mal ein bisschen hier mit beim Abbau. Steine einfach so tief wie es geht. Ey, war zu tief? Ach, wir machen mehrere Etagen nach unten. Ja, ich habe jetzt drei gemacht. Eine Reihe von der Inhalte raus wegen dem Bum. Oder sollen wir den Boden normal steilen lassen? Nee, wir machen alles schön. Schön aus Holz und so. Vielleicht auch Ziegelstein, da müssen wir bloß gucken, ob wir genug Sumpffläche haben für Leben. Hä? Hast du dir eine Katze fit gemacht? Ja. Ich weiß sogar. Was ist denn das? Wieso miauten das die ganze Zeit hier? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Oder oben? Im Regen. Ach na, ihr Beun. Ja. Beun. Wie heißen sie denn, die beiden Schnuggis? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Beide gleich. Werden sie schon mal nicht nass, solange der Haus zum Bau ist. Bis dann jetzt. Uh. Äh. Da sieht die Schuhstein aus. Na gut, wir dürfen uns nicht von der Arbeit auf lenken, was? Ja, ist sowieso Käsebrot hier, ne? Nein. Komm ja bei 25 Minuten hier, wir machen nur überlängen Folgen, die Session, ey. Joa. Muss halt mal sein. Oh, nächste Folge nur 3 Minuten, basta. Okay. Ne, alles klar. Immer wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Out of the world! Falcon Punch! Yo! No! 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 Vielen Dank.